So, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin richtig beeindruckt, wie schön das ist. Ich habe das bestellt und bin ganz angenehm überrascht. Das ist richtig schön, richtig toll. Dabei hatte ich tatsächlich erst überlegt, ob ich das überhaupt bestelle. Was ist das? Das ist ein Bilderrahmen, das ist ganz klar. In diesen Bilderrahmen kommt dieses Bild rein. So eine Vorlage für einen Baum. Und ich möchte das haben zur Babyschauer bei meiner jüngsten Tochter, die jetzt auch ein Baby bekommt. Und dann sind da diese ganzen Bilder, äh Blätter, nicht Bilder, Blätter als Sticker. Das sind solche, ja, die haben eine Klebeseite. Und jeder Gast, der daran teilnimmt, kann seinen Namen hier reinschreiben. Noch einen kleinen Gruß oder so mit einem Stift, den man dann dabei legt. Und dann wird dann daraus die Krone des Baumes geformt. Natürlich so aufgeklebt, dass man nach Möglichkeit nicht überklebt, was jeder so geschrieben hat. Wird vielleicht ein bisschen eng mit allen Blättern, aber gut zu wissen, wenn nicht, müssen wir hier unten weiter ansetzen. Mir persönlich schwebt eigentlich nicht mal vor, jeden Gast dort eintragen zu lassen. Mir persönlich schwebt eher vor, so eine Art Stammbaum daraus zu gestalten. Wer alles zum Baby dazugehört, wer alles da ist. Die Uroma, der Uropa, Omas und Opas, Onkel, Tanten, Cousin, Cousine. Dass diejenigen ihre Namen hier verewigen mit einem lieben Gruß oder so. Und dann kann man das im Kinderzimmer hinhängen. Das ist für das Baby ein Leben lang eine Erinnerung, wer alles zu seiner Empfangsparty da gewesen ist. Wer da alles von der Familie mit dabei war. Denn ich meine, es ist nun mal der Lauf des Lebens, dass wir nicht alle das ganze Leben lang dieses Kind begleiten werden. Und später mal, wenn vielleicht der ein oder andere schon gar nicht mehr da ist und das Kind kaum Erinnerung an diese Personen hat. Da ist es einfach herrlich, darauf gucken zu können, zu sagen, das ist noch ihre Handschrift. Die waren noch da, als ich gelebt habe, als ich geboren wurde. Ja, als ich gelebt habe, ist klar. Als ich geboren wurde. Ja, man möchte das immer nicht so thematisieren. Man möchte über diesen Fall nicht so gerne reden. Aber jeder Mensch hat nur eine begrenzte Lebenszeit. Und solche Erinnerungen sind aus meiner Sicht fast unbezahlbar. Ich finde es herrlich. Ich finde sowas schön. Ich hoffe mal, meine Tochter findet das auch schön und hängt das auf fürs Kind, damit das später mal eine Erinnerung an uns alle hat. Und deshalb habe ich das einfach bestellt. Ich finde das unheimlich schön. Sehr hübsch gemacht. Eine ganz tolle Idee und wirklich ein sehr liebevoller Familienstammbaum wird das. 17,47 Euro ist gar kein Preis im Verhältnis zu dem, was das an Erinnerungswert bringen kann. Ich empfehle das sehr gerne weiter und danke euch jetzt für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.